Heute kommt ja dieser Austauschstudent aus Frankreich. Der schläft auch bei dir. Hallo, ich bin Pascal. Ein Mädchen. Pascal, ein Café? Und wie, der ist mit einem Duplo? Was ist Duplo? Ein Schokoriegel. Zum Kaffee? Ganz schön anspruchsvoll. Voilà, die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Sind die lang? Und ich dachte, deutsche Männer haben keine Fantasie. Für die einen ist es Duplo, für die anderen die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Und jetzt zeige ich dir dein Zimmer. Vielen Dank.